22. K61 Rasmus mit Thomas Griechen Und 21. die K111 Morag mit Jörg Wenke 20. die 402 Schwabenfeile Bern Blumhardt 19. die Rundtreiber, mal sehen ob sie da sind, Ingo Steinbrecher 18. die 77, Anconda mit Wolfgang Ruge 17. die Saturn mit Jens Wallis 16. die 317, Kutti Schark mit Ole Steppardt 18. den 15.いう 1 17 Sanchosi mit Teter Mordberg 18. die 301 Schark mit fame 18. die 31. Rudolf Schark Eier 19. die 69, Sanchosi Sanchosi´ 13. die Z53, Merlin mit Lars Hülfeler, 12. K175 mit Steuermann Lars Neubauer. Den Elfenplatz, die Weltenbummler mit Heiko Grambo. So, wir sind bei den Top Ten angelangt. Ich möchte nochmal was zu den Urkunden sagen, nochmal so einen kleinen Hinweis. Also wir haben es anders gemacht, wie ihr es gewohnt seid. Da stehen Namen drauf. Das sind eure Namen oder sollten es sein. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und die Liste ja mit einem Hinweis am schwarzen Brett hängen gehabt. Lesen bildet ja. Wenn dort ein Fehler drin ist, mögen wir uns das verzeihen. Ihr hattet die Möglichkeit, es zu korrigieren. Platz 10. Die Passat mit Steuermann Gans Mati. Wir bitten jetzt die Steuerleute, um nach vorne zu bleiben. 9. die Familie mit Rainer Brandt. Platz 8, K28, Malte Sauerbreit. Platz 3, den siebten Platz belegte die Medusa mit Sebastian Reethe. 6. Gummibär mit Christian Bandel. 5. Z96 mit César Pasen Und 4. und damit knapp an einer Medaille vorbei Die Poseidon mit Hubert Zisch Hubert Zisch Hubert Zisch Hubert Zisch Hubert Zisch Hubert Haim so bevor wir zu den ersten drei kommen wollte der stefan noch was sagen mache es gleich so wir hatten am anfang ganz viel dank plus ein dank hat mir dabei gefällt und zwar dann den verein ich bedanke mich beim spuriner marineklub für diese hervorragenden meisterschaften und ich hoffe dass wir irgendwann mal wieder bei euch vorbeikommen ich wollte mich im namen vom verein bei unseren vereinsvorsitzenden bedanken wir haben hier so ein paar gutscheine dann könnt ihr euch ein bisschen erholen ihr habt ja hoffen lang hier gearbeitet damit das so klappt und bei norbert schmidt wollten wir uns noch mal anfang ja dann machen wir weiter mit der sich ja recht vielen dank im namen des ort teams und wir werden hier noch zusammensetzen und das mal in ruhiger runde auswerten ist doch jemand von bauzen hier der steuermann bitte nach vorne kommen also die regie hat mir eben noch eine anweisung gegeben ich soll sozusagen den staffelstab weitergeben von schwerin nach bauzen denn die nächste meisterschaft ist in bauzen und wenn ich alles mitbekommen habe so in diesem wochenende dann weiß ich schwerin hat richtig was vorgelegt dann müsst ihr euch anstrengen herzlichen glückwunsch für die meisterschaft und ähnliche glückwunsch für die meisterschaft und